Willkommen in der Makerist Nähschule. Hier bekommst du praktisches Wissen und tolle Profi-Tipps, die du direkt in deinen Projekten umsetzen kannst. Lerne spielend die wichtigsten Nähtechniken, damit dir alles auf Anhieb gelingt. Hallo, ich bin Svantje, deine Nähtrainerin bei Makerist. Ich möchte dir in diesem Kurs zeigen, wie du einen unelastischen Stoff kräuseln kannst mit Hilfe eines Gummibandes. Das Ganze kann so aussehen, dass du mit einem ganz schmalen Hosengummi arbeitest. Kann natürlich auch ein breiterer sein, je nachdem, was du vielleicht gerade zur Hand hast. Wir arbeiten das Ganze in einen Stoff ein, der sehr weit geschnitten ist. Das heißt, wir haben viel Stoff und wollen den mit Hilfe des Gummis auf eine schmale Strecke einkräuseln. Das Ganze machst du mit einem Zickzackstich mit deiner ganz normalen Haushaltsmaschine. Von innen sieht das so aus, dass man natürlich den Gummi auch sehen kann. Von außen wollen wir das nicht. Ja, und anwenden kannst du das Ganze an einem Kleidungsstück, was du beispielsweise relativ gerade geschnitten hast. Und dann vielleicht merkst du, möchtest du es doch lieber ein bisschen enger oder auf Taille arbeiten. Und da könntest du diese Technik anwenden. Und wenn du jetzt Lust hast, das mit mir zu machen, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal.